So, meine Füße freuen sich, die tun ja eh schon weh. Also, ähm, du hast jetzt die Wahl. Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Wir haben ein Schwein gefunden, endlich gibt's Schnitzel und Hühner. Auf hoher, you chicken! Alter, Junge! Check this out, a flying chicken! Oh, da hab ich jetzt Schwein reiten. Hubst du eigentlich die ganze Zeit? Alter! Was soll denn das genervtige Hupe? Also, ich will, dass uns die Leute aus dem Weg gehen, ganz einfach. Ja, das bringt ja total viel, wie du merkst. Außer, dass es nervt wie Sau. Ja, klar, so entkommen wir jetzt, ja? Vor der 100 Schaft. Kein Heli? Ah, easy! Entspannung! Entspannung pur! Jetzt wird's wieder Ramontig. Die, die können ja auch nicht nachvollziehen, wo der Fluss hinfließt. Nee, nee, der Fluss, der ändert ja immer mal spontan seine Richtung auch, ne? Machst du! Hattel du auf deiner Seite! Ja, ich wollte mir schauen. Und dann, ähm... Das ist Weewater. You're a clever guy, Leo. Well, I really saw something though. Probably fish. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir rechts rum wollen. Und nicht geradeaus. Sag mir mein Gefühl. Mein Instinkt. Wir sollten dringend rechts rumfahren. Ja, wie wäre es, wenn du dann auf der linken Seite mithilfst? Nein, dann fahren wir doch nicht nach rechts. Okay, okay. Ich glaube, wir fahren links rum. Ich habe gerade total Brauch, links rumzufahren. Das ist gar nicht gut. Das gefällt mir überhaupt nicht. Oh, warte, warte, warte. Nichts machen, nichts machen, nichts machen. Und weiter, 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 weiter. Weiter, 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 weiter. Oh, verdammt. Oh, wir müssen von dem Rand weg. Ja. Oh, wir müssen von dem Rand weg. Oh, 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 oh. Ah, ah, ah. Äh, 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 äh. NIN, 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 NIN. Oh, mein Gott, oh mein Gott. Ähm, ähm, ähm. Okay. Wieso fallen wir da jetzt runter? Okay, jetzt, jetzt, äh, jetzt haben wir das Prinzip verstanden. Nää, oder auch nicht. einfach warten 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 also im normal verrichtet sich so ein boot dann wieder automatisch in die richtige richtung denkst du denkst du komm schon also wir fließen von einem checkpoint zum nächsten ist doch gut oder so kann man nicht zu viel nein leicht stop ja jetzt schnell 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 sehr gut sehr gut ich habe es mir noch mal anders überlegt das treiben das treiben das treiben ja links paddeln dass wir uns wieder richtig machen wir aber nicht wird schieben muss damit nur nach vorne und hauen gegen die felsen verstehst du was ich meine alter direkt mal das halbe boot zerstört wie können wir dagegen ansteuern so okay lassen 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 ja genau mehr ja 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 und jetzt werden wir ja wenn wir links paddeln werden wir von den wir können da links jetzt nicht dagegen doch 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 können wir haben weil wir nicht genug paddelt haben weil wir nicht genug paddelt haben okay achtung ich bin doch schon wechseln das geht halt nicht das ist so mies weil am start kannst du schon fast nichts mehr machen links 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 nicht zu viel nicht zu viel nicht zu viel warten 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 und jetzt 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 ja noch ein bisschen noch ein bisschen noch ein bisschen noch ein bisschen wir müssen an der kante da vorbei busch nein weiter 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 es war nicht genug ich dachte jetzt auf der linken seite weil die wasserfälle uns weg drücken da können wir jetzt eigentlich jetzt stopp aufhören 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 nein 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 ja wir können jetzt doch nicht paddeln wieso sagt er paddeln wir sehen vor allem nichts jetzt 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 langsam 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 nicht nach rechts nicht reing so knapp und nein 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 ja tollen checkpoint die nächsten einfach nur paddeln dann kann man links vorbei oder ja denkst du rechts wäre viel besser aber oder er hat es nicht getan er hat es ist getan naja ich wollte ja wasserfall runter auch guck mal tschüss was gut ab jetzt tut mir auch gleich was weh ja komm ich bin nicht so ich helfe dir ich würde sagen warte mal bis du oben bist wieso hast du dich gehalten ich wollte spannender machen ja es ist doch jetzt oder oh mein gott ich fühle mich wie in an startet ich bin okay und wenn ich gehalten hätte dann wäre es vermutlich nicht passiert der zweite akt oder vermutlich nicht sie ist da etwas verpasst na toll aber ich würde sagen alles in allem ist das sehr gut gelaufen mit der fahrt city so was passiert jetzt? schau ich weiß was du denkst, aber nach Harvey gehen wird nicht einfach ich weiß, aber ich gehe nach ihm, mit oder ohne dich du willst end up dead? du willst ihn weg? ich will ihn weg er ist ein kohol-blooded killer der Welt wird ein besserer Ort ohne ihn sein wuuh huuuh 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 du hast mir nie gesagt, Leo wie ist deine Geschichte mit Harvey? bevor ich mich verletzt habe, ich und Harvey haben einen riesigen gewissen doch ich bin weg ich habe mich verletzt ich habe mich verletzt es ist das das du, was du sagst, was du sagst, warst du dich? das ist das? du sagst, wenn du sagst das? vieles planen und ein bisschen für dich also wie ist er? alles geht auch nicht wir hatten sogar einen kauf aber du verduchten, was du hast noch andere planen Schicke Schrottkisten. Schau mich an, ich bin der Mann, der alles kann. Gib mir die Tasche. Zählen? Ich muss nicht zählen. Ich hole mir deine Finger, wenn das nicht stimmt. Hier geht's. Oh oh. Was denkst du? Es ist mehr als ich dachte. Es ist. Schick. Aber ich habe das Gefühl, gleich mit jemandem sterben. Und du wirst es nicht sein. Richtig. Es sieht dir ein bisschen ähnlich, der Typ, ne? Mir? Ja, also deinem Charakter. Mein Charakter, okay. Also sieht er dann schlussfolgerlich auch dir ähnlich. Nein, nein, wir sehen komplett unterschiedlich aus. Du gemeint hast, mein Charakter sieht dir ähnlich. Ja, mir im echt. Mir ist deinem echt. Ja, ja. Oha. Dankeschön. Hat wehgetan. Next thing I know, I'm surrounded by cops. That's rough. I'm sorry. Trust me. He's the one who's gonna be sorry. I'm making things right. For me. I'm for my family. Hm. So, you know where Harvey is right now? I know one of his guys, Ray. He'll know for sure. So. That sounds Ray Fenton. What are we waiting for? Let's go after him. You really want to take Harvey down, huh? Like I said, With or without you. I'm going after him. With or without you. Das sind nur halb passende sind. Okay. Alright. Where can we find this Ray guy? Don't worry. He's going to be easy to find. But I need to make sure my family is safe first. Of course. Let's go. I'm going to buy this. You'll have to buy the pigs in the water. Trailer Park. I'm in the trailer park. Around the outside. Around the outside. Alright. Keep it up for my family. It's a woman and a boy. About this size. You don't know where they live? They had to move while I was inside. I see. Let's just have a look around. I'm sure we'll find them. Yeah. A nice neighbor here. Life looks rough out of here. You got that right? Never actually set foot in a place like this before. Oh yeah? Mr. Fancypants with a college degree in a banking job? I'm not like any of that helped. I'm here with you now. You should be happy. I'm great to be around. Keep telling yourself that. Anyway. Let's find your family. Ein Baby. Ich hab ein Baby gefunden. Wo? Ich seh nur den Krill. Da. Aufm Arm. Oh. What are you trying to forget? I used to have three calls. I'm looking for someone. So am I. My goddamn husband. He better be back soon. What did he do? That bastard's been cheating on me and nobody cheats on Martha. I guess he didn't know that. Good luck anyway. If you see him, you let me know. I'll tell you what. If I see him, I'll think about it. What the hell happened to this car? It beats me. Just do my job. Looks pretty banged up. You sure you can fix it? You can be damn sure I can. You seem like a skilled mechanic. But I'm not sure you can fix it. Oha. Hörst du das? Will ich da reingucken? Ich weiß nicht, ob das Video da nicht. Ja, ja. Ich kann das sensieren. Ja, ja. Hey, was ist da passiert? Never mind, was ist da passiert? Was willst du? Fletus, komm her, Hör. Ich komme, Sugar, calm down. Ich bin kalt in meinen Lieblingsparnen. Okay, okay. Ich muss dich gehen. Bye, jetzt. Das muss sein, dass das Mädels husband sein. Vielleicht sollte ich ihm sagen. Dann gib mir doch mal Bescheid. Oder der mit dem Prügel? Ach so, meinst du, das hilft? Ja, könnte ich auch machen. Ja, ja. Und ich hau hier jetzt mal wieder einen Nagel ins Pferd einfach. Ja, ja, der Klassiker. Hey, Lady. Hey, Lady. Did you find him? Komm mit mir. Oh, 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 oh. Oh, mein Gott. Oh, oh, oh. Jetzt geht's los. Na, der war ja nicht weit weg, ja? Na, dann schauen wir mal zu, was hier passiert. Oh, kann man da bis Fenster gucken? Nee, ich dachte gerade schon. War nur die Spiegelung. Ja, ja, das ist besser gern gemacht, oder? Normal. What the hell are you doing? Martha. Oh, mein Gott. Sehr gut. Nebenbei haben wir mal für Ordnung gesorgt hier. Also, wir sollten helfen? Ach, Quatsch. Nicht unser Problem. Oh, vielleicht sollte man uns sagen, dass hier noch eine ist mit Baseballschlägen, die ich vielleicht mitspielen will. Oh, nein, ich spiele. Ah, okay. Yeah. Jetzt hab ich's raus. Versuchst du mich zu sabotieren? Okay, ich bin gut. Ah, nee, ich wollte, dass du mich, dass du, schauen, ob du mich schlagen kannst. Ah, hab ich ja schon versucht. Ah, ging nicht. Okay. Also, zwei hast du getroffen, ne? Ach, der wirft nicht, wenn jemand zwischen uns steht. Hey, willst du versuchen? Ja, sicher. Hier geht's. Ähm. Ähm, okay. Got it. Swing and miss. Komma. Aha. Die von oben kriegst du gut. Von unten, die magst du nicht so. Dann nehm ich jetzt von unten. Ah, verdammt. Okay. 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 Nicht schlecht. Ah. Swing and miss. Okay. 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 Wir haben was anderes zu tun. Thanks, I'm gone. Thanks. Und zwar Positionswechsel, oder? Nein. Da ist ein Kind. Ungefähr die Größe. Könnte Alex heißen. Da ist sie doch. Da ist sie doch, meine Frau. Guck mal. So anders gehen. Ja, ja, ja. Das ist die alte. Wenn du von der Arme angeschissen wurdest, dann weißt du, wie der Haus läuft, ja? Dann vergisst du die nicht mehr. Hey, Mister. Ich versuche deine Schäuze für eine Bucke. Na, I'm fine. Come on. There must be something I can clean for a buck. You might want to start with yourself. Ah, fuck you. Unde das nicht. Unde das nicht. Ich versuche deine Schäuze für eine Bucke. Ah, hier komme ich auch wieder hierhin. Verdammt. Noch weiter außenrum. Oh, ich glaube, durch die Werkstatt. Hier ist hinten die Tür offen. Ja, durch die Werkstatt. Na toll. Und da kommt Alex. Weißt du, wo ich bin? Am ganz anderen Ende der Welt. Oh, man kommt hier gar nicht mehr raus, oder was? Man kommt hier nicht wieder raus. Okay, ab geht's. Ich komme. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Chill mal. Ja, mach noch ein bisschen Kraftübung. Du musst nicht also auf G drücken. Doch, doch. Einmal schaffe ich es noch. Kommt. Hey Leo, komm hier. Ja. Hey, Linda. Over here. Leo. Hey. 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 Cops. Siehst du, Frau? Siehst du, Frau? Siehst du, Frau? Alles ist gut hier? Was hast du? Wird, wenn wir dir ein paar Fragen stellen? Ja, ich bin, ich bin hier ziemlich aufhörig. Frau? Ihr disturbeder der Frau aus der Pris-Norme. Stopp' die Frau, Frau, okay? Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Listen, if he tries to make contact with you, you let us know. Yeah, sure.